Ist der Stadthafen Senftenberg barrierefrei? Genau diese Frage stellten die Behindertenbeauftragte des Landkreises Johanna Fischer zusammen mit Marco Retzlaff, dem Vorsitzenden des Behindertenbeirates Senftenberg, sowie weiteren Vertretern der Stadt, des Tourismus- und des Zweckverbandes bei der Barrieren-Checker-Tour an diesem Mittwoch. Es ging darum, Schwachstellen für Behinderte am Stadthafen zu finden und Lösungen zu suchen. So gibt es beispielsweise keine Leitstreifen für Sehbehinderte, die das Auffinden von Stufen, Toiletten und die allgemeine Orientierung erleichtern würden. Ebenfalls wurde über die Verwendung von Eurotoiletten diskutiert, um diese noch besser zugänglich zu machen. Positiv bewertet wurden die Treppen und das bereits vorhandene Bodenleitsystem. Auch die Rampen seien für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte gut zugänglich, so das Fazit der Barrieren-Checker.